Liebe SDP07-Fans, heute ist der Zeitpunkt gekommen, um Abschied zu nehmen. Ich möchte mich bei euch bedanken für die letzten zwei Jahre, für eure Unterstützung. Ihr habt einen großen Anteil daran, dass wir so erfolgreich sind. Der Verein ist wieder in der Bundesliga. Nach zwei intensiven Jahren, aber sehr erfolgreichen Jahren, dank auch eurer Unterstützung. Ich werde jetzt eine neue Herausforderung angehen, den nächsten Schritt in einem anderen Bereich machen. Ich wünsche euch für den Verein viel Erfolg. Unterstützt die Jungs auch im nächsten Jahr, so wie ihr es in den letzten zwei Jahren gemacht habt. Ich werde immer Paderborner bleiben, werde immer alle Spiele verfolgen, werde immer im Herzen dabei sein und drücke euch ganz fest die Daumen. Wir sehen uns. Bis bald, euer Markus.